Ich finde auch, Derbys haben auch immer so ein Stück weit Pokal-Mentalität, es kann alles passieren. Da ist es nicht wirklich entscheidend, welche Mannschaft gerade besser drauf ist oder welche Mannschaft vielleicht die vermeintlich bessere Mannschaft ist. Ich fand, wir haben gestern eine gute Einheit gehabt, wir hatten heute auch wieder eine sehr gute Einheit. Natürlich war der Punkt gegen Ingolstadt jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, aber man hat wieder gesehen, dass man in dieser Liga oder egal in welcher Liga, wenn man nicht Bayern München heißt, muss man die Spiele oder selbst Bayern München glaube ich mittlerweile, können nicht in die Spiele mit 80 oder 90 Prozent gehen. Du musst alles abrufen, was geht. Es gelingt nicht immer, aber nichtsdestotrotz musst du die Basics abrufen und ein Stück weit auch, egal wie der Gegner heißt und Ingolstadt hat das auch nicht schlecht gemacht. Und deswegen hat es auch da einfach nicht gereicht, wenn du einen Schritt weniger warst oder nicht ganz so griffig bist. Da ich in die Karten von Hamburg nicht schauen kann, gehe ich davon aus, dass unsere Karten besser sind, weil wir sehr gute Karten haben. Nein, ich glaube, da oben ist es sehr eng, das sieht man von der Tabelle her aus. Wir haben jetzt ein Spiel am Wochenende, Erster gegen Zweiter, wobei jetzt wir beide am Sonntag spielen und die anderen Mannschaften ja glaube ich schon Samstag spielen. Das heißt, am Samstag könnte die Konstellation schon wieder anders aussehen, aber nichtsdestotrotz ist es ein Top-Spiel, es ist ein Derby und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Es ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Es ist eine Mannschaft, die eine super Qualität hat, die auch zu Recht da oben steht und auch in den letzten Jahren immer oben mitgespielt hat, auch wenn sie es dann nicht bis nach ganz oben geschafft haben. Aber trotzdem haben sie ja jetzt über drei, vier Jahre, wie lange sie jetzt schon da sind, immer oben mitgespielt und deswegen ist es eine sehr gute Mannschaft und sie wird uns alles abverlangen. Aber auf der anderen Seite wollen wir denen auch alles abverlangen und deswegen hoffen wir auf ein geiles Spiel mit einem Ende, was für uns besser ist als für Hamburg. Ich glaube, jede Mannschaft ist schlagbar, auch wenn sie zu Hause einen riesen Lauf haben oder jetzt lange nicht verloren haben, ist irgendwann mal immer die Zeitpunkt gekommen, um das zu durchbrechen. Klar, es ist immer so etwas ganz Besonderes. Letzte Woche bin ich hier vorbeigelaufen, das war zwei Tage, glaube ich, vor Ingolstadt und dann hieß es, ja, nächste Woche Hamburg. Ich dachte, ja, erstmal müssen wir Ingolstadt schlagen und ich dachte, nee, nee, Hamburg nächste Woche. Also es wurde direkt übersprungen, das Spiel und das merkt man halt. Und natürlich kriegt man das dann automatisch auch ein Stück weit mit, ey Jungs, es ist Derby, du kannst dir mit so einem Sieg, kannst du dir, kannst du dir viele Menschen glücklich machen in Bremen, in deiner Stadt. Du kannst dich selber auch, weil es Derbysieger rauszugehen ist immer was Schönes. Ich glaube, wenn man die Tabelle sieht, haben so gut wie alle am Wochenende Punkte liegen lassen und wenn du jetzt gegen den direkten Konkurrenten spielst und den schlägst, bist du ein paar Punkte wieder weg. Aber wie gesagt, das sind dann trotzdem immer noch zehn Spiele und man hat gesehen, wir waren vor zehn Spielen oder vor mehr Spielen, waren wir zwölf Punkte hinter Pauli oder zehn Punkte hinter Pauli und haben dann sieben am Stück gewonnen und sind wir jetzt auf einmal Erster. Das heißt, diese zehn Spiele danach sind schon noch wichtig. Aber klar ist es für das Selbstvertrauen, für die Punktesituation, auch für die Tabelle, ist es immer gut, wenn du auch einen direkten Konkurrenten schlägst. Du kannst dir wieder Luftverschnappen, kannst einen direkten Konkurrenten mit drei, vier Punkten wieder hinter dir lassen und das ist das Ziel auch. Aber nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir jetzt nicht auf Kamikaze, alles komm raus, da in Hamburg spielen müssen, weil danach sind noch so viele Punkte zu vergeben, dass du die auch noch holen musst. Und mit einem Dreier jetzt in Hamburg heißt es nicht, dass du direkt schon irgendwie durch bist. Wir spielen auf Schalke noch, auch ein geiles Spiel, in Heidenheim auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Aber ja, es ist doch immer schön, auch gegen die Jungs da oben zu spielen, um sich dann auch wirklich messen zu können, um dann auch wirklich vielleicht die Schritte dahin zu machen, was unser Ziel auch ist. Und ja, sieht doch schön aus da in der Tabelle. Krass, echt krass. Schauen wir mal, was passiert in den nächsten Wochen. Alle Derbys, die ich gespielt habe, waren ja wirklich richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ich habe ja, glaube ich, in Deutschland mit die Geilsten gespielt. Dortmund-Schalke habe ich gespielt, Köln-Gladbach habe ich gespielt, Hannover-Braunschweig habe ich gespielt und jetzt hoffentlich Sonntag auch Bremen, Hamburg. Da bin ich einfach gespannt drauf. Ich glaube, jedes Derby hat so ein Stück weit seine eigene Geschichte. Bei allen Vereinen, wo ich war, wo es ein Derby am Wochenende gab, war es immer, man hat es in der Woche schon in der Stadt auch ein Stück weit gemerkt. Wenn man irgendwo hingeht, das heißt Wochenende-Derby, automatisch entwickelt man so einen gribbelnden Bauch, wenn man weiß, okay, am Wochenende ist Derby. Das bedeutet für den Verein viel, für die Stadt viel, für die Menschen viel. Ich finde auch, Derbys haben auch immer so ein Stück weit Pokal-Mentalität. Es kann alles passieren. Da ist es nicht wirklich entscheidend, welche Mannschaft gerade besser drauf ist oder welche Mannschaft vielleicht die vermeintlich bessere Mannschaft ist. Ein Derby hat auch so ein bisschen seine eigenen Regeln. Das habe ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen aus meiner Erfahrung her irgendwie mitbekommen, weil wir auch oft auch Derbys hatten, wo Gladbach eine Riesentruppe hatte und wir aber mit Köln dort gewonnen haben, ob in Gladbach oder zu Hause. Und deswegen ist das Derby ein Stück weit meiner Meinung nach wie der Pokal. Ich habe sicherlich was in Sachen Emotionen auf dem Platz. Habe ich schon gehört, dass nach dem Spiel ein paar Jungs gesagt haben, ja Leo, deine Stimme hat irgendwie ein bisschen gefehlt heute, der ein bisschen da rumbrüllt und dann auch ein paar Ansagen macht. Es ist ein Stück weit meine Spielart, ein Stück weit auch meine Persönlichkeit, dass ich gerne die Jungs vor mir auch ein bisschen jage mit meiner Stimme, dass sie wissen, okay, wir können jetzt drauf. Es sind halt die Spiele, die ich auch sehr, sehr liebe, muss ich sagen, weil halt Emotion auch ein Stück weit im Vordergrund steht, weil das natürlich auch durch die ganze Woche so hochgekocht wird. Das ist einfach mein Typus, dass ich halt ein Stück weit auch sehr viel über meine Emotionen komme, probiere die Mannschaft halt dadurch, wenn es mal nicht läuft oder wenn es auch gerade läuft, dran zu bleiben und die dadurch lautstark und ein Stück weit auch mit der Körpersprache denen zu zeigen, hey, wir machen weiter oder wir kommen da wieder hin oder wie auch immer der Stand gerade ist. Das ist einfach mein Typus, das ist einfach mein Typus.